herzlich willkommen auf meinem youtube kanal in diesem video möchte ich mit euch mal ein paar erinnerungen von meinen reisen teilen und zwar speziell was das wetter klima atmosphäre ja und alle seine facetten so anbetrifft das geht auch so weit dass ich zu hause mein video material sichte und feststellen muss die eine oder andere szene gar nicht mit aufgenommen zu haben naja man muss eben auch wissen dass vor ort immer alles unter gewissermaßen widrigen bedingungen stattfindet in australien und namibia hatte ich bis zu 45 grad hitze in den tropen kommt die extreme luftfeuchtigkeit dazu dann ist alles tagsüber auch alles gleißend hell das heißt manchmal erkennt man auch kaum was auf dem display der kamera und dann gerät man auch mal in eine heftige regenschauer und alles ist auch noch glatt schnass nicht zu vergessen die steifen winde die ich besonders in patagonien erlebt habe manchmal muss man vor ort doch einfach um planen das besichtigungsprogramm zweier tage tauschen und etwas zickzack fahren kurzum das wetter mit all seinen auswüchsen gehört auf einer reise auf jeden fall dazu und hat schon so manchen plan geändert bevor ich euch jetzt aber meine wetter kapriolen erzähle vielleicht erst mal vorweg normalerweise stehen auf meinem kanal der große reise dokumentar filme im vordergrund aber es gibt eben auch viele ran themen was das reisen betrifft wenn ihr also bock auf reisen habt seid ihr hier genau richtig und abonniert gerne meinen kanal vergesst auch nicht diese kleine glocke mit an zu klicken denn ja dann bekommt ihr eine benachrichtigung wenn ich mal wieder einen neuen reise dokumentar film oder wie in diesem fall erinnerungen erlebnisse auf meinen kanal hochgeladen habe also los geht's mit der ersten story aus asien die erste story führt uns in die chinesische sonderverwaltungszone hongkong da habe ich ja gleich ein paar tage verbracht zeitlich war ich mitte august dort gewesen also zum hochsommer das klima zu dieser jahreszeit ist ausgesprochen schwül die luft förmig getränkt mit feuchtigkeit ich schwitze ohnehin schon sehr leicht und es hat auch seinen grund warum ich stets ein handtuch auf reisen dabei habe um mal zu verdeutlichen wie krass schwül das da war schauen wir uns am besten erst mal etwas video material an so leute hat es geschafft vielleicht etwas abgeschwitzt krass handtuch ist immer eine gute sache ob zum auspolstern der kameratechnik im rucksack oder auch einfach sich mal um den schweiß von der stirn zu wischen ich bin jetzt auf den viktoria peak angekommen und kann eigentlich gerade kaum reden deswegen kommt der rest jetzt gerade mal außen auf ja das war schon mächtig anstrengend und ihr seht wie universell doch ein handtuch auf einer reise sein kann ob zur auspolsterung oder auch als sonnenschutz eingeklemmt in der fensterscheibe im auto in hongkong diente es mir natürlich mehr dazu einfach den schweiß vom gesicht zu wischen und wer jetzt fragt warum das überhaupt so anstrengend da hoch war naja mit der peak tram kommt man zwar recht einfach auf den berg hinauf zum eigentlichen viktoria peak muss man aber noch ein ganzes stück weiter den berg hinauf laufen in der mittagshitze ist das schon ganz schön anstrengend ja dafür wird man natürlich auch mit besonderen ausblicken belohnt und vor allem ist man dort auch relativ alleine das ganze im gegensatz zu dem kommerziellen aussichts deck an der enthalte stelle der peak tram also leute handtuch nicht vergessen wir bleiben in asien und kommen zu meiner anreise nach thailand genauer zum frankfurter flughafen da hat das wetter auch ordentlich mit gemischt allerdings schon hier in deutschland leider habe ich zu diesem punkt hier keine bilder mehr wohl aber ein paar erinnerungen zu hause war schon alles gepackt und es war mitten im deutschen sommer besser gesagt im deutschen hochsommer kurz vor abreise setzte hier aber zu hause ein deftiger starkregen ein und wenn man schon auf heißen kohlen sitzt und hofft dass das taxi zum bahnhof trotz des starken niederschlags pünktlich kommt hätte der taximann sich eigentlich sogar noch etwas zeit lassen können der zug hatte ohnehin 25 minuten verspätung endlich war ich dann aber trotz des strömenden regens irgendwann mal in frankfurt angekommen und wollte nun vom bahnhof zum flughafen fahren doch zu allem überfluss war auch noch die s-bahn restlos überfüllt denn wenn ich mich recht entsinne lief gerade das wm fußballspiel deutschland argentinien und mit den öffentlichen verkehrsmitteln war kein durchkommen richtung frankfurter waldstadion ich bin dann letztendlich mit dem taxi zum flughafen gefahren na gut ich glaube wir bleiben noch ein bisschen in asien denn da habe ich da noch ein bisschen mehr auf der pfanne wie ich gerade feststelle wir sind nämlich in dieser story jetzt gerade mitten in kuala lumpur in malaysia und von wo kann man wohl am besten einen blick auf die stadt werfen naja richtig vom fernsehturm menara kuala lumpur das hat nämlich auch den charme dass man die beiden petronas towers mit aufs bild bekommt allerdings hatte bei meiner anwesenheit das wetter auch einmal wieder mitgespielt schon als ich auf dem observation deck war zogen dicke wolken auf und trübten die sicht ein dabei war noch am morgen bestes sonnenwetter gewesen aber dass über den tag hinweg das wetter ja sich schnell umschlagen kann und ändern kann das kennt der ein oder andere sicherlich aus den tropen wohl nur zu gut als ich dann allerdings wieder unten angekommen war ging erst mal wirklich die mutter aller regenfälle vom himmel her nieder ja jetzt war ich gerade auf diesem wunderschönen kl tower ich befinde mich jetzt immer noch am fuße davon und jetzt regnet es erstmal ganz kräftig und ich habe natürlich wieder mal kein regenschirm dabei das heißt dabei haben schon aber im hotel vergessen anfänger fehler wenn ich jetzt durch den regen laufe dann brauche ich heute abend nicht mehr duschen so ist das halt nahe des äquators in den tropen das ist die mutter aller regenfälle die pflanzen sind ja wirklich nichts gewöhnt da regnet zwar so ein bisschen und dann kracht hier gleich alles von den bäumen und was weiß ich nicht alles runter da oben liegt auch noch irgendwie so ein etwas größerer zweig wo ich schon drüber steigen musste so die frage ist wie komme ich denn jetzt wieder ins hotel das gute ist auf jeden fall immer dass diese starkregenfälle in den tropen meist nicht den gesamten tag andauern sondern nur eine sache von vielleicht einer stunde sind ich konnte also meine stadtbesichtigung in der folge problemlos fortsetzen wir springen mal nach taiwan ja mein taiwan trip dort hatte ich durchweg glück mit dem wetter allerdings wurde es zum schluss der reise auch echt zeit das land zu verlassen ich erinnere mich noch abends im jahr letzten hotel gewesen zu sein als ich just for fun mal den fernseher eingeschaltet habe ich gucke hier gerade noch mal kurz fernsehen vielleicht ist es jetzt auch echt an der zeit das land zu verlassen weil es könnte sein dass da also ein taifun irgendwie auf taiwan zu kommen fernsehen schauen ist auf einer reise eigentlich immer somit das letzte was ich tue denn ich kann mich ohne probleme anderweitig doch ganz gut beschäftigen ja ich denke es wäre aber klar gewesen wenn dieses ding besonders über den flughafen hinweg gefegt wäre hätte meine weiterreise nach hongkong wohl nicht wie geplant stattgefunden zum glück verlief die zugbahn des taifuns südlich und so war der flugbetrieb nicht beeinträchtigt von taiwan machen wir einen kleinen sprung auf der landkarte und kommen nach kambodscha nun ich muss zugeben dass meine gewählte reisezeit zur jahresmitte zwar nicht optimal für das land war denn es herrschte dicke regenzeit aber es ist eben auch nicht so dass es die gesamte zeit lang am regnen ist schon vom flugzeug aus waren aber große wassermassen auszumachen große teile des landes waren überflutet ich hatte zunächst die befürchtung dass mich das in irgendeiner art und weise einschränken sollte aber schlussendlich hat ja dann alles gut geklappt und es sollte kein problem darstellen allerdings muss man gelegentlich doch mal pausieren um eine stark regenschauer durchziehen zu lassen dass es mir gleich zweimal passiert das eine mal in kampong kam dort war ich gerade am nachmittag am mekong spazieren und bemerkte wie sich der himmel ja recht zügig zu zog interessant war dass das recht schnell ging zum hotel war es auf jeden fall nicht weit aber ich hatte es auch wirklich gerade so rechtzeitig ins trockene geschafft vom hotel fenster aus wurde ich dann zeuge eines regelrechten tropen wolken bruchs dessen wasser nun in den ohnehin schon hohen pegel des mekongs zu floss unheimlich aber trotzdem irgendwie spannend zu sehen die zweite wetterfront hatte mich nach der besichtigung von angkor wat erwischt ich hatte kurz ja was aufs hotelzimmer gebracht und wollte nun eigentlich losziehen und mir nochmals sie etwas näher anzusehen ja doch noch an der eingangstür musste ich dann allerdings erst mal ein bisschen pausieren so jetzt bin ich gerade wieder beim hotel angekommen und wollte mir eigentlich noch mal ganz kurz sie selber ansehen aber ich glaube ich muss noch mal einen kleinen moment pausieren denn hier kommt gerade die mutter aller regenfälle runter ein ganz anderes wetterphänomen hatte meine reisepläne in indien durcheinander gewirbelt ich will das an dieser stelle nicht noch einmal in gänze wiederholen denn ich hatte euch die story ja schon einmal in einem video zu meinen reise fails berichtet ich verlinke das mal da oben ja aber auch wenn indien ein entwicklungsland ist so war meine reise doch eigentlich sehr gut durchgelaufen bis auf ein kleines detail was sich in akra also der weltbekannten stadt mit dem ja ebenso weltbekannten taj mahal erlebt hatte mitten in der nacht wollte ich nämlich mit dem zug von akra nach waranasi fahren infolge sehr dichter nebelfelder war aber leider die zug verbindung ausgefallen jetzt stand ich da es war ja schon irgendwas nach null uhr und wusste erst mal nicht so recht wie es weitergehen sollte zu allem überfluss hatte ich nur noch wenig bargeld und noch viel schlimmer war dass das internet in akra wegen politischer ereignisse für viele stunden abgeschaltet war so wurde aus der ursache nebel eine kleine abenteuer geschichte auf die ich wie gesagt in meinem video über meine reise fels dann noch mal etwas detaillierter eingegangen bin von indien geht es in dieser story nach vietnam das land hatte ich im april bereist so dass eigentlich keine so ausgeprägte regenzeit herrschte mal davon ab dass mir die immense schwüle besonders beim besteigen eines berges im tamkok doch mächtig zusetzte meine kleidung konnte ich wahrlich auswringen ich habe das tatsächlich gefilmt wie viel feuchtigkeit aus meinem t-shirt rausgekommen war aber vielleicht ist es dann doch etwas zu eklig um das hier zu zeigen vielmehr durfte ich einen wettertechnisch spannenden abflug von hanoi erleben es war schon dunkel draußen und auf dem wetterradar sah ich eine dicke wolkenfront heranziehen die sich nun so langsam aber sicher über dem flughafen ergoss also ich hätte zumindest den luftraum für eine halbe stunde geschlossen aber wie ich feststellen durfte ging der flugbetrieb ohne probleme weiter ich glaube die bilder aus dem flugzeug zeigen zumindest noch mal ganz gut welche dicke wolken suppe wir kurz nach dem abheben durchfliegen durften ja leute wenn man wie ich so oft durch die welt fliegt erlebt man auch gerade beim fliegen besonders spannende sachen und nicht zuletzt auch erlebnisse aus dem system flughafen resultierend ich war nämlich gerade auf dem weg von indonesien wieder zurück nach hause und musste nun in aller frühe in dubai umsteigen es war ausgerechnet noch zur jahresmitte während es in indonesien einfach nur schwül warm war war es in dubai zu dieser jahreszeit einfach nur heiß und naja ihr kennt das bestimmt man kommt aus dem klimatisierten flieger heraus also ich hatte zumindest gerade noch den pulli an und ja dann kommt man in so eine trocken heiße wand rein denn wir mussten die maschine nicht über eine klimatisierte fluggastbrücke verlassen sondern wurden auf einer außenposition abgeladen also was ich damit zum ausdruck bringen will ist eben einfach der unterschied zwischen klimakühl und wüsten heiß wenn auch sehr früh am morgen eh dann wieder ist sie ich dann wieder mit einer weiteren maschine richtung deutschland weiter geflogen war eine heiße oder schwüle wand ja das hatten wir eben schon mal meist erlebt man das immer wenn man aus deutschland in ein fernes land fliegt es geht aber auch genau umgekehrt ich hatte nämlich gerade meine reise durch alaska und das benachbarte yukon beendet nun sind diese regionen da oben ja schon recht weit nördlich und auch wenn ich im spätsommer schönes wetter hatte so war es vor allem eins nicht nämlich schwül warm interessant war als wir dann am morgen oder vormittag wieder in deutschland gelandet waren zu diesem zeitpunkt herrschte nun mal genau hier zu hause ein eher tropischer sommer vor ihr könnt euch vorstellen dass ich doch etwas verdutzt war als ich aus dem flieger in frankfurt gestiegen war und nun feststellen durfte dass mich ausgerechnet mal zu hause eine solche schwüle wand begrüßt hatte ja mit dem passenden timing muss man also nicht mal in die ferne fliegen diesen tropen effekt kann man eben auch in deutschland erleben wenn auch nicht alle tage ja und mit der alaska reise verbinde ich natürlich auch noch die sehr kalte nacht die ich im auto verbracht hatte ich war in dawson city also in im benachbarten kanadischen yukon unterwegs und ja leider waren alle hotelräume der stadt restlos ausgebucht ich will das an dieser stelle nicht noch einmal in gänze erzählen denn das hatte ich euch ja auch schon mal in meinem video über meine reise fels berichtet und wie bekannt da oben verlinkt wenn wir doch thematisch gerade zurück in deutschland gelandet sind erinnere ich mich auch noch gerne an meine deutschland reise zurück eigentlich wollte ich in dem sommer jahr nach grönland fliegen aber das böse c flammte da gerade in seinem ersten jahr auf und so hatte ich kurzfristig eben auf die deutschland reise umgeplant die lag nämlich sozusagen schon als reserve idee auf der festplatte und kam irgendwie somit viel schneller zum zuge als ich mir das einst mal so gedacht hatte im nachhinein eigentlich schon ein geschenk des himmels denn der sommer 2020 war ausgesprochen warm und sonnig was hatte ich nur für ein glück insbesondere als ich ja den südlichen teil unseres landes erreicht hatte ich erinnere mich noch an die sonnige traum kulisse des silvenstein speichers oder auch kurz drauf die tolle fernsicht von der zugspitze morgens hatte ich nämlich im internet schon gelesen dass für den tag bis zu 60 kilometer fernsicht vorhergesagt wurden ja und da ich bis zu meiner deutschland reise tatsächlich noch nie auf der zugspitze war ja war das einfach nur ein tolles erlebnis ja und auch sonst hatte ich bei meiner deutschland reise eigentlich absolutes glück ich glaube es waren wirklich nur zwei regentage dabei lenken wir den blick für die nächsten stories mal etwas nach südamerika und fangen auch gleich mal mit argentinien an meine erlebnisse hier könnte man vielleicht mal weg vom thema schwüle hin zum thema luft lenken denn besonders im südlichen argentinien und somit eben auch in patagonien habe ich kräftige winde erlebt ich war in el calafate gewesen und wollte nun so langsam den rückweg richtung barry loggia antreten es war sonnig und mir war aufgefallen dass es irgendwie ausnahmsweise mal recht windstill war für eben dortige maßstäbe am vortag war ich ganz in der nähe mit dem auto eine straße entlang gefahren und hatte mir schon da gedacht das wäre doch eigentlich mal ein toller drohnen shot leider war es eben zuvor viel zu windig dafür doch an jenem morgen könnte es klappen so bin ich also noch mal 20 kilometer zurück gefahren zu der stelle die ich mir da so ausgesucht hatte und habe die drohne in die luft geschickt um mich fahrend im auto die straße entlang zu verfolgen das hat auch soweit gut geklappt allerdings nur so lange bis der wind dann doch wieder stärker wurde und somit auch die drohne erfasste sie kam mir förmlich nicht mehr hinterher und trieb auch so langsam richtung wasser ab spätestens jetzt wird auch klar warum es immer sinnvoll ist mit vollem akku zu starten denn so hat man nämlich genug zeit gegen den wind wieder zurück zu fliegen interessant war ohnehin dass der starke wind eben genau ab einer besonderen ecke um den bergsporn eingesetzt hatte naja sowas erlebt man eben in patagonien im nachbarland schiele hatte ich sozusagen meinen erstkontakt mit den patagonischen steifen winden das was wir hierzulande als orkan kennen ist da unten über längere zeiträume ja schon fast standard schon der anflug auf punter arenas war sehr wackelig und sportlich und ja als ich dann vor dem terminal gebäude im auto saß sah man mir auch glaube ich an dass ich schon mächtig durchgepustet war der steife wind hatte mich auch in der stadt begleitet ich war auf einen kleinen hügel hochgelaufen um punter arenas von oben zu filmen und ich erinnere mich noch dort an eine ansage die ich vor der kamera gemacht hatte von einem kleinen berg liegt mir jetzt punter arenas zu füßen ein wirklich schon sehr weit südlicher ausposten der zivilisation und auch eine der größten südlichen städte der welt danach kommt eigentlich nur noch so richtig uschu eier mit stadtrechten obwohl es da noch kleinere siedlungen gibt naja zumindest es ist sehr windig immer noch auch wenn die sonne scheint wenn die deutschen sich mal wieder irgendwann über 100 stunden kilometer beschweren ich glaube ich glaube da lachen die chilenen nur drüber hier unten ich glaube man sah es mir an gegen den wind zu kämpfen was ich auch noch ganz neckisch fand war als ich die nahe pinguin kolonie besucht hatte ein kleiner wanderweg führte zu einer bucht wo sich eben die tiere aufhalten die eine klappe des dort aufgestellten mülleimers hatte sich die gesamte zeit im wind gedreht wahrscheinlich hätte man mit ihr förmlich strom erzeugen können damit sind wir schon in peru also meine peru reise das luft besonders dünn sein kann kann man ja generell in den ganzen anden staaten erleben die straßenverläufe gehen nicht selten bis auf tausende meter hoch und ich sage ja auch immer so ab 3000 meter über normalen null fängt man ja so langsam an zu merken dass die luft dünner wird mein rekord war bisher der aussichtspunkt der vulkane auf dem weg von arequipa ins kolkatal hier titelte eine schrift auf einem stein etwas mit 4910 meter über meereshöhe da oben auf dem parkplatz ist man schon mal kräftig dabei tief durchzuatmen ein paar meter weiter hatte ich dann auch die dünne luft in einer ganz anderen sache noch mal feststellen können am mirador del cruz del condor bin ich mit der drohne geflogen und hatte mich schon gewundert dass die propeller nun um ein vielfaches schneller drehen als ich das zum beispiel von zu hause aus erkenne naja klar die dinger müssen natürlich für den nötigen auftrieb sorgen die luft ist viel dünner und demzufolge ist die drehzahl viel höher die ansichten über dem kolka canyon haben sich dafür umso mehr gelohnt und dann ist natürlich noch mein besuch von machu picchu zu nennen ich war ja zunächst erstmal etwas traurig gewesen die alte inka städte nicht im glänzenden sonnenlicht erleben zu dürfen ich war im dezember dort und für gewöhnlich ist der feuchte grad zu dieser jahreszeit um einiges höher teils dicke wolken wanderten ja sehr krass irgendwie durch diese hügelige landschaft zum glück kam ich vor ort auf die idee einige zeitraffer aufnahmen zu machen weil mir auch schon dort aufgefallen war dass die wolken sich sehr schnell neu formierten im nachhinein sage ich heute sogar eine wolken verhangene kulisse ist auf jeden fall viel geiler als das ganze im sonnenlicht zu erleben alles kommt einfach viel mystischer und spannender daher von südamerika kommen wir mal so langsam nach nordamerika auf hawai habe ich im erweiterten sinn des wetters mal etwas ganz anderes erleben dürfen grundsätzlich muss ich sagen dass ich besonders als kind unter einer sonnenallergie gelitten habe heute ist das so halbwegs im griff vorausgesetzt ich trage ausreichend sonnencreme auf die haut auf somit ein wichtiges reiseutensil für mich aber das eben nur am rande bei meiner hawai reise war ich ja zunächst auf der insel oahu gewesen und war nun gerade auch dabei die umgebung von honolulu so ein bisschen mehr zu erkunden so hatte ich die hanauma bay erreicht das auto auf dem parkplatz abgestellt und zunächst einen kleinen aussichtspunkt angesteuert um die malerische strand bucht eben erst mal von oben zu filmen das ganze war vielleicht nur eine aktion von 15 minuten aber in dieser wie ich finde sehr kurzen zeitspanne habe ich gemerkt wie sich meine haut mit sonnensturz wohlgemerkt plötzlich krebsrot verfärbte der ein oder andere mag sich also in meinem hawai film vielleicht auch die frage gestellt haben warum szenen eben von unten in der bucht gefehlt haben naja das lag einfach eben daran dass ich unmittelbar wieder ins auto zurück bin weil die uv strahlung an diesem ort wohl offensichtlich einfach zu hoch war am anderen ende der usa liegt bekanntermaßen die weltstadt new york wenn ich mich recht entsinne waren wir im frühling dort und wetterseitig haben wir nach der ankunft schwüle tage in den häuserschluchten der stadt erlebt also mit dem wetter total glück gehabt ich will hier aber an dieser stelle nicht so auf die luftfeuchte abheben sondern den fokus mehr auf den tagesausflug nach washington dc lenken wir waren ja mit dem zug hin gefahren und ausgerechnet an dem tag lag eine schlecht wetterfront über dem regierungssitz der vereinigten staaten von amerika sehr schade es war alles wolken verhangen und somit erhielt ich nur triste bilder für meinen film und am nachmittag setzte auch noch dauerregen ein nun waren die züge für den tag natürlich schon gebucht und wie so oft auf reisen muss man dann einfach das beste aus dem wetter machen vor ort sah das ganze dann so aus jetzt ist 12 12 wir stehen hier vor einem wichtigen wahrzeichen von washington dc das kapitol das problem ist das wetter war die ganze zeit toll wirklich im urlaub es war immer geil eigentlich und was passiert in washington es regnet also das war es jetzt mit dem kapitol ihr seht jetzt nichts mehr irgendwie waren wir noch gar nicht in afrika stelle ich gerade fest das wollen wir mit erlebnissen von meiner namibia reise doch gleich mal nachholen denn in namibia habe ich wohl wetterseitig das beste abendrot erlebt was man eben so erleben kann ich war in der bagatell game ranch gewesen und am nachmittag zog zunächst eine große gewitterwolke nebenan von botswana herüber so schnell kann sich das wetter ändern namibia zeigt mir jetzt gerade sein anderes gesicht im dezember eben haben wir gerade noch in der ferne die blitze zucken sehen der ganze kram kommt jetzt hier her zunächst sehr ärgerlich denn ich hatte mir extra ein teures dünen chalet gemietet in der hoffnung hier einen tollen sonnenuntergang erleben zu dürfen am nachmittag fegten aber erstmal blitze und förmlich wasser stürme über die kalahari die fenster und türen müssen gerade mächtig was aushalten da herrscht jetzt gerade ein richtiger windstau druck drauf also die tür habe ich jetzt gerade erst mal komplett zugezogen irgendwie weil die sich doch schon mächtig fast bewegt hat und diese ganze bude ist auch total am wackeln also das leben in der wüste ist auch nicht ohne ich habe gesehen bekommt der heutige tag eine gewisse action komponente ich hätte ehrlich gesagt alles gedacht aber eine so starke regenschauer hier in dieser gegend ich muss sagen ich bin wirklich überrascht so viel wasser in der wüste naja das geht in namibia im dezember durchaus auch wie durch ein wunder zogen die wolken kurz vor sonnenuntergang aber so langsam ab und färbten die landschaft in eine feierliche abendstimmung dazu diese leichten sandverwehungen alles rötlich eingefärbt das war stimmungsseitig einfach nur der hammer die zweite wetterstory in namibia ist mir an dem tag passiert als ich die gegend mit dem waterberg ansteuern wollte ich war auf einer geteerten straße nördlich unterwegs als ich merkte in eine dicke wolkenwand hinein zu fahren nur kurze zeit später war ich sozusagen mitten in einem weiteren wolkenbruch vielleicht eine halbe stunde später war der spuk dann vorbei wieder ein paar kilometer weiter wollte ich mit der drohne noch mal einen shot machen im kofferraum des fahrzeugs der mehr so eine art aufsatz für die ladefläche des toyota high looks war durfte ich dann aber feststellen dass der regen bis ins tiefste meines reisekoffers vor gedrungen war also alles klatschnass das abendprogramm für die bleibe am waterberg stand also schon mal fest die klamotten mussten irgendwie wieder trocken werden die drohne hatte übrigens nichts abbekommen die war ja in einem jahr schützenden styropor karton untergebracht speziell von der trocknungsaktion am waterberg habe ich aber noch ein paar verunveröffentlichte szenen gefunden ja die ist seinerzeit eben nicht in meinen film geschafft hatten also hier etwas unveröffentlichtes material am waterberg ist es in der zwischenzeit dunkel geworden und meine trocknungsaktion ist immer noch in vollem gange die besonders nass gewordenen teile krieg ich jetzt irgendwie wahrscheinlich bis morgen früh nur auf diese art und weise trocken wobei ich mir nicht so richtig sicher bin ob der deckenventilator noch lange mitmacht weil wenn ich da rein gucke dass um so ein funken gedöns am werk ich weiß es auch nicht es tritt immer rhythmisch auf wahrscheinlich gibt es da unten problem mit der spule mit dem motor zum schluss dieses videos kommen wir noch zur letzten verbleibenden geografischen region nämlich ozeanien also meine australien und neuseeland reisen besonders von meiner west australien reise ist mir ein heftiges gewitter über der straße noch in erinnerung geblieben und je weiter ich an der küste nach norden gekommen war desto tropischer gestaltete sich auch das wetter ich glaube es war der folgende abend als ich das roadhouse von warnum erreicht hatte und draußen eine echt heftige regenschauer runterging übrigens auch australien zum glück habe ich einen roadhouse gefunden und gerade soeben ein ganzes zeug herbeigetragen das war eine knappe feier würde ich sagen aber diese regenwolke hat sich schon von langer hand angekündigt es gibt bloß ein problem ich hoffe nicht dass das jetzt so monat und so artig riechen dass ich hier nicht mehr wegkommen mit dem fahrzeug jetzt kommt schon die zweite gewitterschauer die gerade heftig hernieder geht draußen gar nicht so toll na gut ist halt einfach so ja denn natürliche teil von australien ist eben auch der tropische und wie das in den tropen so häufig ist morgens fängt der tag ganz schön sonnig an alles toll aber gegen abend kann sich das ganze dann auch mal ganz schnell entladen das sehen wir gerade draußen ich hatte zu diesem zeitpunkt schon etwas schiss meine reise wegen überspülter straßen in den folgetagen nicht wie geplant fortsetzen zu können ja zumal auch genug straßenschilder über den befahrungsfähigen zustand am straßenrand informierten aber letztendlich alles halb so wild nur in den gräben eben neben den straßen staute sich das wasser und alles weitere war offen natürlich kann australien auch ganz anders und zwar knallige sonne ich habe mir ja gleich zweimal den jahreswechsel in sydney gegeben und dafür von morgens den gesamten tag am milsons point am nördlichen hafenbecken kampiert da wird man von der sonne schon mächtig gebraten vor allem auch weil ich ja kein zelt und kein schirm dabei hatte ein handtuch zum drauf sitzen musste irgendwie genügen bis 19 uhr muss man im dezember warten bis die sonne endlich hinter dem brücken pfeiler verschwindet und man eben nicht mehr den sonnenstrahlen ausgesetzt ist die letzten zwei stories kommen von meiner neuseeland reise und hier speziell auch noch mal aus dem bereich flug erlebnisse ich erinnere mich noch an den anflug nach neuseeland der war eigentlich auch ganz anders geplant als er dann tatsächlich stattgefunden hatte von singapur aus kommend dauerte der flug nach orkland zehn stunden geplante landung war irgendwas im vormittagsbereich jetzt noch ein schneller stunden hopster nach christchurch auf der südinsel und der trip kann endlich beginnen dachte ich mir damals es sollte aber anders kommen etwa eine flugstunde vor neuseeland war der luftraum wolken frei alles traumhaft je näher wir aber der nordinsel kam desto mehr wolken waren in der luft bei unserer ankunft hatte ich zudem auch nur sehr wenig zeit den anschlussflug zu erreichen ich musste förmlich rennen um vom ja oder um zum domestic terminal zu kommen 6 uhr 18 singapur zeit 11 uhr 18 neuseeland zeit ich habe fuß auf neuseeländischen boden gesetzt ich bin jetzt hier schon gerade einmal auf dem gelände rumgelaufen auf dem flughafen vom international terminal 700 meter weiter zum domestic terminal von hier aus habe ich jetzt noch einen anschlussflug runter nach christchurch der geht schon wieder anderthalb stunden und dann bin ich glaube ich richtig weit weg von zu hause den flieger habe ich bekommen und wenn ich mich recht entsinne waren wir auch schon alle an bord doch dann kam eine mächtige wetterwand und erfasste den flughafen den hat man erst mal aus sicherheitsgründen geschlossen und wir durften wieder alle aussteigen der anschlussflug wurde leider erst im jahr in den späten abend verschoben und noch viel später hatte ich also christchurch erreicht es ist jetzt 19 uhr 16 um 12 uhr 50 sollte bereits die maschine starten nach christchurch das hat sie leider immer noch nicht getan weil vorhin nämlich eine richtig krasse gewitterfront rübergezogen ist und ja jetzt wurde der flug auf 21 uhr terminiert das bringt natürlich meinen ganzen zeitland für heute alles ein bisschen durcheinander so habe ich zum beispiel schon bei dem vermieter für meinen camper angerufen und den gesagt dass ich heute ein bisschen später komme was wir machen wenigstens ist das wetter heute abend hoffentlich einigermaßen passabel dass wir dann noch starten können allerdings werde ich nur seeland dann das erste mal nicht richtig von oben sehen sondern es wird dann wahrscheinlich schon sehr dämmerig und dunkel sein im nachhinein eigentlich schade so habe ich vor ort einen halben tag verloren und auch sicher nette ansichten eines inland fluges in neuseeland von oben bei tag am abend war natürlich schon alles dunkel gewesen also das letzte stück hätte ich gedacht dass das echt ein bisschen schneller geht aber nein dieser fliege hat er ewig verspätung christchurch airport heftig ja ich werde jetzt hier hoffentlich gleich abgeholt auch am richtigen ort damit ich jetzt noch meinen camper entgegen nehmen kann es ist jetzt 23 30 ich habe mich schon eben tausendmal entschuldigt bei dem typen weil eigentlich wollte ich ja viel früher da sein der nachhause flug war aber nicht minder spannend von orkland ging es zunächst in aller frühe nach sydney dort am nachmittag weiter nach singapur und in der folge mitten in der nacht von singapur dann zurück nach frankfurt als wir aber von australien aus kommend in die tropen vor stießen mussten wir mächtige gewitterwolken umfliegen davon habe ich leider nur wenig video material gefunden und es ist auch immer schwierig in der dunkelheit aus dem flugzeugfenster die kamera dorthin zu halten wo als nächstes ein wolkenblitz auftauchen könnte immerhin eine wirklich bedrohliche kulisse die man aus dem flugzeug doch irgendwie so beobachten kann tja das waren im wesentlichen meine erlebnisse in sachen wetter die mir von meinen bisherigen reisen so in erinnerung geblieben sind was habt ihr denn eigentlich schon so alles in sachen wetter klima und atmosphäre auf euren reisen erlebt schreibt es doch gerne mal in die kommentare dann liegt es jetzt an euch dem video einen daumen nach oben vielleicht auch nach unten zu geben naja war vielleicht ein bisschen viel gewitter in der luft egal wie ja auf jeden fall möchte ich das euch überlassen viel wichtiger ist mir natürlich dass ihr meinen kanal bitte abonniert und vergesst natürlich auch nicht diese kleine glocke mit anzuklicken damit ihr künftig keine neuen videos mehr verpasst wenn ich mal wieder einen neuen film auf meinen kanal hochgeladen habe ja in diesem sinne vielen dank fürs zuschauen und viele grüße aus irgendeinem fernen land ja 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 ja